Musik 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 Ja da sind wir wieder Heute sind wir in Beccom Wer Beccom nicht kennt das bei Aalen Und wer Aalen nicht kennt das bei Hamm Und wer Hamm nicht kennt das bei Dortmund Was gucken wir uns hier heute an? Eine Windmühle Glaub ich oder? Haben wir ja schon gesehen Jetzt sind wir hier an einem Wildgehege Wie sieht man den? Wildschwein Und irgendwie so ein Turm steht hier noch Das muss ich pixeln Habe ich gepixelt Ja und mal gucken ob das hier schön ist Ob man das empfehlen kann Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.